Freund, James Rodriguez unter der Woche. Stegemann haben wir auch schon gesehen und er ist dabei. Die Jüngeren, aber natürlich die Augen sind auf ihn gerichtet. Was war das für ein Auflaut? Interessant. Komma macht direkt dort weiter, wo er aufgehört hat. Oh! Das war... Er ist über die linke Seite und da haben wir einen, der einen ganz genialen linken Fuß hat. Der Mann mit der Elf. Das hat man vorher schon bei Kursen diskutiert im ersten Spiel und ich finde es auch gut. Standards, Freistöße, alles sein Metier, der im letzten Jahr fast gar nicht zum Zug kam. In dieser Weltklasse-Mannschaft, der ist schon mal gefährlich. Früher auch Stuttgarter Kicker ist gespielt, sich dann wirklich langsam hochgearbeitet. Den Stützen, der leider letzte Saison auch verletzt war, aber in Kopenhagen. Also echte Typen, echte Typen. Den haben die Bremer und Usut Kamis, dem merkt man an, der will Ballkontakte haben. Auch wenn all die anderen kommen, also in den Offensivpositionen, sagen wir mal, für vier Positionen mindestens acht Spitzel. Das wird ein schönes Gerangel. Der wahrscheinlich als Backup für Kimmich dann. Hat er in der letzten Saison gebraucht, bis er ein Tor erzielte. Stark rausgespielt. Kamis, Rafinha und das hier. Das ist stark gegen Caldirola. Das wissen wir natürlich nicht, was für finanzielle Zwänge, wenn er ein toller Typ ist, für Entscheidungen sorgen kann. Und deswegen würde ich persönlich diesen Spieler als Werder Bremen und auch als Trainer von Werder Bremen ganz ungern. Pantovic, 21 Jahre, unglaubliche Präsenz, Dominanz. Für uns Rames ist deutlich anzumerken, dass er echt den Ball fordert. Also der will schon was machen hier. Ganz andere taktische Formation. Vorher haben wir Comor gesehen, nur auf der rechten Seite, fast an der Linie. Rafinha. Sieht er gut, sieht er sehr gut. Dem Bruder geht es ja wieder gut. Nach der Stoffwechselkrankheit. Die Borussia, das geht morgen noch weiter. Da werden auch große Teile der Mannschaft sich knappe Sache in der dritten Liga. Da war er auch der Abwehrchef. Und der keinen Schiss hat. Keine Angst. Er hat einen Titel gewonnen im Juniorenbereich. Ganz wichtig auch, das sagt... Götze. Rames. Gut von Götze. Fügt sich eh ganz gut ein hier. Erste Aktion sind Bremen gut gelungen. Götze. Wieder hängen Müller. Fügt sich it. der momentan belastungsphase des trainings für diese mannschaft aus bremen dann liverpool 2012 gab es ein aufeinandertreffen hat schon ein bisschen angedeutet was er kann aber klar auf kurz aber wir haben ihn gesehen wir haben ihn gesehen und die anderen stars der elf bremen hat sich gut verkauft hatte aber keine chance kurz sind wir weg aber dann geht es weiter hier unter